Oh, ich weiß, was scheint von Klaus. Ich weiß, sie sind gegangen zusammen zur Schule. Sie sind Freunde. Und Klaus hat schon gemacht Gefängnis. Nur ein paar Tage, kann vorkommen. Aber Mutter von Klaus hat gesagt mir alles. Aber Klaus für mich eine gute Junge. Na, ist doch alles okay, Mr. Spaghetti. Garezzo. Antonio Garezzo, prego, Signore. Also, ich geb jetzt ne Pulle, Sekt aus und alles gut, eh? Oh, prego, Signore. Klaus, presto, presto Champagna. Hausmarke? Äh, Hausmarke, was besseres für Signore. Prego, Signore. Na los, Mr. Prego, fahr mal das Röstwasser an. Bitte? Dann ist bitte Gluck Gluck Durst, eh? Aha, Gluck Gluck, Bene. Ja, für uns Bene, hm?